Mehr als 240 Euro pro Nacht Die Hauptstädte Europas zählen zu den beliebtesten Reisezielen für Städtetrips. Nun veröffentlichte eine Studie an Ranking, in welchen Städten die Hotels am teuersten sind, mit überraschendem Ergebnis. Reisende in Europa müssen einer Studie zufolge für eine Hotelübernachtung in Genf am tiefsten in die Tasche greifen. Die Schweizer Stadt, in der viele internationale Organisationen ihren Sitz haben, führte auch 2017 das Ranking an, mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von 242,90 Euro, wie aus einer nun veröffentlichten Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmenspreis wo der Hausgruppers hervorgeht. Auf Platz 2 kam Paris, 231,30 Euro, gefolgt von Zürich, 203,90 Euro. Landen, Rom und Amsterdam zählten ebenfalls zu den teuren Pflastern. In Deutschland mussten Hotelgäste den Angaben zufolge in der Banken- und Messestadt Frankfurt mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von 122,10 Euro besonders viel für eine Übernachtung hinlegen. Berlin kam mit 95,70 Euro pro Nacht auf Rang 10 im europäischen Ranking. 2017 steigt die Zahl internationaler Besucher in Europa den Angaben zufolge binnen Jahresfrist um 8%. Davon habe die Hotelbranche besonders profitiert. 2017 war ein außergewöhnliches Jahr für den europäischen Hotelmarkt, erläutert Dirk Hennig, Partner bei BWC Deutschland. Vor allem bei Touristen aus den USA, China und zunehmend auch wieder aus Russland würden europäische Reiseziele immer beliebter. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. A, E, J, P.